Musik So liebe Leute, damit herzlich willkommen. Es ist Montagabend und es wird die Zeit für Railroads Online. Und ja, wie gestern schon gesagt, ich bin ein paar Mal hin und her gefahren, um Geld zu machen mit der lieben Betsy. Ich habe mir auch hier von den Wagen noch einen dazugeholt, damit ich hier ein paar mehr habe für die ganze Stricke. Es sind jetzt vier. Wir haben hier noch den da, den habe ich vom Depot abgeholt. Und den müssen wir noch aufs Abstellgleis bringen. Sprich, das Erste, was wir heute machen werden, ist erstmal die Lok wieder auf Vordermann bringen, den hier abkuppeln, einmal rundherum fahren, auf den Abstellgleis bringen, hier wieder zurückfahren, aufladen. Und dann werden wir die Schmelze einmal vollfüllen mit diesem Scheitholz, um ein bisschen Geld zu machen. Erstmal der Plan. Und ich möchte die Brücke zur Sackgleich beim Sägewerk neu machen. Und hi, Pogflo und hi, Marc, ich bin im Kirchner. Schön, dass ihr da seid. Ja, erstmal der Plan. Die Lok ist ziemlich fertig, weil ich schon ein bisschen rumgefahren bin. Also machen wir die Lok erstmal betriebsbereit. Und dann werden wir den hier mal umrangieren. So. Das Erste, was wir machen werden, ist hier mal abkuppeln. So, hier ist schon mal richtig gestellt. Die Lok ist noch vorbereitet, wir fahren mal vor. Ja, stimmt, Nachtfell, du warst schon länger nicht mehr da, aber alles super. Ich hoffe, dir geht es auch gut. Auf einem privaten Kanal gibt es da natürlich alles rund um die Eisenbahn. So wie jetzt Railroads Online. Ah, das suchte ich gerade. Mal schauen, ob das passt. Machen wir den Deckel hier auf. Hier mal runter. Also ich glaube, dreimal bin ich bis zum Schmetzhütte runtergefahren. So wahnsinnig viel Geld gibt es heute nicht. Aber ich bin nie entgleist. Nur das passt nicht. Da ist noch ein bisschen nach hinten. Okay. Sehr gut. Wir kriegen Wasser. So. Können wir eigentlich den wieder nach oben hier nehmen. Und dann brauchen wir Holz. Ja, wir werden hier mal, ja, Feuer ist unten. Wir werden hier mal kurz reinladen. Ja, sinnvoll, wunderbar. Und holen wir uns hier mal einen Nachschub. Also mit dem müssen wir dann später auch noch Geld machen. Dass wir hier dann Holzstämme hinbringen. Beziehungsweise generell das Konzept von der Station da müssen wir uns neu überlegen. Ja. Ach, man muss den Deckel gar nicht aufmachen. Okay. Ich habe es ohne gar nicht probiert. Aber das ist doch irgendwie Bug-Using, oder nicht? Ich meine, das, was ich jetzt mache, ist auch irgendwie Bug-Using. Das sollte ja eigentlich nicht gehen, so wie ich das verstanden habe. Also ich bin ja mal gespannt, wann sie das fixen. Ich bin ganz froh, dass sie es noch nicht gefixt haben. Sonst wäre es echt hart. So, fast voll. Ah ja, und coole News. Mit heute bin ich Twitch-Affiliate worden. Also danke an euch, ne? Hab mich sehr gefreut, dass ich da heute Info gekriegt habe. Weil was online hat da noch den letzten Push dazu gegeben. So, wir sind voll. Einmal nach hinten, bitte. Oh, Nachtfälle. Das hört sich aber nicht so gut an. Ich hoffe, es ist mal nicht allzu schlimm. Ah, Bremse lösen wäre natürlich hitverdächtig. Äh, was machen die da? Die waren angekuppelt. Das können wir gleich korrigieren. Oh, ne. Macht's bitte keinen Abflug hier. Okay. Bremse ist drin. Uh. Es wäre noch gewesen, wenn die da runterrollen. So, ist alles gekuppelt. Hä? Ich glaube, ich kupple die alle nochmal neu. Okay. Ich hoffe, die sind jetzt zusammen. Also hier müssen wir noch die Bremse lösen. So, und jetzt fangen wir einmal rum. Wird man auf der anderen Seite ankoppeln können. Aber erst mal die Weiche hier stellen. Und wenn wir schon dabei sind, die Weiche davor nochmal kontrollieren. Okay. Oh ja, das ist übrigens auch nur so temporär hier. Das können wir eigentlich gerade wieder löschen. Das Weiche ist falsch. Einmal von der anderen Seite hier. Die ist richtig. Oh, shit. Auf dem anderen Gleis stehen ja die Kollegen da. Ja. Also entweder packe ich die auf das Gleis da. Auf das hier. Oder da hin. Aber hier ist es uncool. Weil das ist mein Schiergleis. Ich vers... Ich werde es mal auf dem hier probieren. Schauen, ob ich es da rein kriege. Weil auf dem linken Gleis muss ich durch. Ja. Los geht's. Am gleichen Tag mit dem Furryfam-Team. Ich habe mich gekriegt. Also bezüglich dem Furryfam-Team musst du wirklich keine Sorgen machen. Da ist alles okay. Also da haben wir uns neu organisiert. Da kommt entsprechend noch was Neues. Aber auch bei der Ausbildung hoffe ich, dass da alles okay ist. Oder okay wird. Je nachdem. So. Einmal die Weiche umstellen. Okay. Also mein Bauchgewühl sagt mir, das geht sich nicht aus. Dass ich da auf vier Wagen reinklatsche. Wir werden es gleich sehen. Okay. Ansonsten mache ich da links nochmal ein zweites Gleis. Was wir natürlich bauen könnten. Habe ich... Ja, ich bin vorbereitet. Sehr gut. Sehr gut. So wie ich mich kenne, habe ich auch noch irgendwo die Bremse angezogen. Mal schauen, weil ganz hinten. Die in der Mitte mache ich eigentlich nie. Ja, hier. Gut. Bremsen sind gelöst. Dann ziehen wir mal nach vorn. Ja. Ich sehe gerade, der Ton vom Spiel ist nicht da. Kann es sein? Ja. 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 Ich glaube jetzt gleich mal stehen und check es mal. Aber es sieht so aus, als wäre der Game Sound gar nicht da. Und keiner sagt was. So, schauen wir mal. Ja. 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 Ja, der Spiel ist aber nicht da. Mensch. Die müssen wir jetzt auch auf sowas sagen, ey. Jetzt sollte er aber da sein. Aber ist jetzt richtig eingestellt. Mal kurz gucken. Jetzt ist es. Ihr seid nicht an einem schlechten Streit, sondern aufgrund von Meinungsverschiedenheiten. Ja, Mischung aus beiden. Aber auf das würde ich jetzt auch in dem Stream nicht eingehen. So. Einmal retour. Aber ne. Ich glaube, das geht sich echt nicht aus. Ich glaube, ich muss da auf das andere Gleise ausweichen. Und jetzt mal Piano. Ne. Jetzt geht sich doch nie aus. Also, schauen wir das mal an. Wir brauchen hier. Mindestens zwei Wagenlängen. Das ist vielleicht anderthalb. Gut. Dann müssen wir erst mal auf dem Gleister parkieren. Oder soll ich gleich hier schon ein Ausweichgleis machen? Das wäre nachhaltiger, ne? Wisst was, das mache ich. Was für solche Manöver? Machen wir da noch ein zweites Gleis hin. Ähm, weiche nach links. Komm her. Au, das passt ja fast wie angegossen. Sehr gut. Dann machen wir hier noch das Abstellgleis. Wieder mit der Sperre arbeiten. Okay. Na? So, ich habe auch nicht vor, das jetzt hier erstmal zu verbinden. Aber das sollte reichen, um da die Wagen abzustellen. Au, Warrior Cats Bücher ausgelesen. Ich habe das selber noch nicht gelesen, aber ich habe schon viel davon gehört. Also, wie viel ist das bis jetzt? Boah, wir müssen wieder Holz nachlegen, so wie ich das gerade sehe. Hey. Huh? Ich glaube ich mache das Spiel einen kleinen Tick leise. Wunderbar, da müssen wir den Baum noch entfernen sonst heißt es an meinen Gleisen. Okay, also sind die ganz kostenlos auf Spotify oder müssen wir dafür was extra zahlen? So, einmal abstellen. So, einmal abstellen. So, einmal abstellen. Nur Premium, ja okay, also das ist eine Standard-Abo. Gut, die können erstmal hier stehen, bremsen anziehen. Gut, abkuppeln, jetzt können wir rundherum fahren. Und dann können wir hier mal aufräumen. So, erstmal, wir brauchen Holz. Sehr gut. Gut, rüber geht's. Entschuldigung, ich hoffe sie fügen echt nochmal so Puffer hin. Das wäre optisch ein bisschen schöner, als wenn die Schiene einfach nicht aufhört. So, und ne, manche die Sano falsch gestellt, die müssen wir noch richtig stellen. So. Oh, komm. Das ist so doof, dass man das nicht von zwei Seiten machen kann. So. Was auch noch toll wäre, ist den Namen von einer Start-Lokomotive ändern. Fetzi wäre jetzt nicht so meine erste Wahl. Gut, Spotify Premium habe ich mir jetzt auch nur ein bisschen Streaming geholt. ein bisschen einfacher. Sonst nutze ich Spotify gar nicht. Ich weiß eigentlich, ob ich das Radio gar nicht brauche. Damit es könnte, müssen wir sozusagen. so. Jetzt wird schon Fehler gemacht. Jetzt kriege ich den Haken nicht mehr rein. Ich muss nochmal zurück. Das sollte eigentlich schon reichen. So. Na komm, bisschen nach vorne. So. Hier müssen wir abkuppeln. Gut. Äh. Einmal bremsen lösen. Bitte muss ich bei dem Wagen hier wieder anziehen, damit der hier nicht wegrollt. So. Wir müssen nur den anders rangieren. Das bringen wir jetzt zum Abstellkreis. Das bringen wir jetzt zum Abstellkreis. Das bringen wir jetzt zum Abstellkreis. Also, das ist dann die Seite. Warrior Cat Staffel 1 Bond 1 Ja, das mach ich wirklich mal So, gleich Das sind wir auch schon da Den würde ich nämlich da rein stellen Schauen wir mal, hier ist der Haken drin Schauen wir gleich mal auf der Gegenseite Was ich da hab Perfekt Bremse Ist drin Passt, dann können wir da mal ran fahren Sind die da schon mal fertig Ah, typisch Sportdeck ist Der Lifestyle ist wieder auch nicht zu sehen Funktioniert heute wieder alles super mit OBS Also ich glaub zumindest, dass der Lifestyle mit dem Video zu sehen ist Perfekt Dann sind die gekuppelt Und da können wir entkippeln Die brauchen wir vorerst nicht mehr Ja So, dann werden wir oben Mal den Zug mit Scheitholz beladen Dann fahren wir mal zur Schmelzhütte Zuerst mal der Plan Zuerst mal der Plan Zuerst Zuerst mal der Plan Zuerst mal der Plan Zwerst mal der Plan Zwerst ca Star Zwerst 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 criticisms Ich glaube ich war mal aktiv mit meinem Mikrofon gemutet, aber ich habe gewartet, dass nicht euer Start in dem Mond da ganz gut war. So, wenn wir hier mal ankuppeln. Oder auch nicht. War ein bisschen zu grob. Na, roll ran. Das schaut jetzt gut aus. So, dann einmal beladen. Wir brauchen wieder Holz. Hat er angenommen, sehr gut. So, einmal retour. Wird man entsprechend richtig stehen. Weil seine Bremse ist noch angezogen. Ich hoffe, er schafft es trotzdem. So, das sollten wir reichen für die ersten zwei. Und ich glaube, die Bremse habe ich bei dem hier angezogen. Ja, habe ich. Gut, einmal beladen. Acht Stück pro Wagen. Oder acht Pakete. Wie auch immer. Hi Nico. Schön, dass du wieder da bist. Ja, macht er natürlich wieder den falschen. Machen wir es aber gleich richtig. Und drücken noch ein bisschen. Und drücken noch ein bisschen. Ähm, nee, habe ich noch nicht. Da muss ich noch gucken. Ich wollte erst mal ein bisschen Geld machen. Ehm, wieso rollen wir denn da? Wieso rollt das Ganze? Ach, das mit dem Laden hier ist auch so eine Sache. 66 Bücher. Ja, da war ich schon erst mal beschäftigt, wenn ich das lese. Gott sei Dank geht das Beladen alleine eigentlich relativ flott. Wenn man denn zwei zeitgleich machen kann. Bin da da voll? Nö. So. Der ist jetzt voll. Der jetzt dann auch. Dann ziehen wir da mal nach hinten. Jetzt können wir halt nur einen beladen. Und zwar den kollegischen hier. Okay. Gut, das nimmt er. Äh, nur mal testweise. Mal schauen, ob er den jetzt schon greifen kann oder nicht. Jo, geht wieder über die Bergstrecke. Zur Schmelzhütte. Dann machen wir mal ganz kurz einen Break. Weil der Live-Chat ist... Ah, na, doch. Ist schon im Stream zu sehen. Jetzt sehe ich es gerade. Ich dachte, er wäre nicht zu sehen. Also, nicht mehr lang und dann sind wir hier voll. Also, ich muss auch sagen, vom Holz her und Wasser geht das ganz gut mit der Bergstrecke. Also, da kann ich fast zweimal hin und her fahren. Bevor ich wieder auffüllen muss. Eigentlich brauche ich nur die Hälfte der Strecke, nur die Saft. Auf der anderen Seite... ...roll ich ja nur. Ich muss sie bremsen. Aber es gibt noch den Bug, dass, auch wenn sie einfach nur rollt, verliert die Wasser, was unrealistisch ist. So, also hier noch zwei. Das ist immer voll. Also, zweimal hier noch. So. Perfekt. Alles vollgeladen hier. Bremse, glaube ich, habe ich gelöst, oder? Ja. Ich muss gerade nochmal überall kontrollieren. Ist gelöst. 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 Bereit für die Abfahrt. Bis passend. Ja, momentan spiele ich alleine. So, der Lok geht's. Okay, wir brauchen aber schon wieder Holz. Ich glaube, der soll sich echt nachher beladen machen. Ich brauche euch mehr Holz hier. Aber der Plan ist, das dann mal zu zweit zu spielen. Nee, momentan nicht. Aber für die zukünftigen Streams, wenn ihr da mal mitspielen willst, sage ich natürlich nicht nein, ne? Kannst du euch mal auf Twitch anschreiben? Da lässt sich was organisieren. Dann macht das hier noch mehr Spaß. Oh, die Geld machen. Oh, die Geld machen. Du bist schon sehr weit. Definier mal sehr weit. Was hast du denn schon alles gemacht? So, da hinten haben wir noch eine falsche Weiche. Okay, der Rest sollte eigentlich passen. Wir müssen es mal in der letzten Fahrt, ja? So, einmal anhalten bitte. Danke. Sehr gut. Weiter geht's. Zeit ist Geld. Fast alle Loks. Ich finde noch der letzte und habe fast alle Punkttipps verwunden. Okay. Wow. Hast du da jetzt entsprechend Tag und Nacht gespielt oder wie? Die Brücke würde ich auch neu machen. Fällt mir nicht. Das wäre vielleicht noch ein Projekt für heute. Ah, das kennt er noch gar nicht. Wie das Ausweisgleich, das habe ich jetzt umgebaut, das habe ich jetzt umgebaut, dass man hier die ganze Schleife umfahren kann. Da geht jetzt hier in die Kurte und da vorne habe ich jetzt hier in die Kurte und da vorne habe ich... Also ich habe so rezent das Gefühl des Spiels zu laufen. Also ich habe so rezent das Gefühl des Spiels zu laufen. Was meinst du denn hier? So, ich bin zwar. Ich bin mir nicht. Oh, ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. so ist gut ja dann lassen wir es mal so musik kommt jetzt besser zur geltung und meine stimme auch so muss es doch sein so was beim scheitelpunkt schon jetzt geht es nach unten ja was ich schon gebaut habe das heißt eigentlich jetzt schon gesehen also bis der volz holzfälle hütte dann zum sägewerk und das letzte große projekt war zieht diese bergstrecke auf der mainz gerade fahren zur schwelz hütte und die strecke da die also um die fünf stunden dauert bis die fertig war aber alles im stream also den letzten streams zu sehen das war vielleicht eine arbeit diese strecke da ja nico ist schuld gut man muss aber auch sagen er hat mich vorgewarnt dass es nicht so einfach ist gestern hast du was verpasst da hat man einerseits die brücke des todes die kommt ja gleich noch und die weiche des todes das ist das war schlimm ey dann da So, Ich glaube, fünf, sechs Mal bin ich die Strecke jetzt schon gefahren und bin aber noch nie entgleist. Abgesehen von dem ersten Mal bei der Probefahrt. Aber das war nicht meine Schuld. Ich soll mal die Trasse mal angucken. Okay. Ja, sonst machen wir das dann mal. Ich soll mal die Trasse mal angucken. Was meinst du damit? Was hat jetzt mit Discord zu tun? Jetzt kann ich es gerade nicht folgen. So, gleich sind wir unten. Achso. Alles klar. Achso, ja, zum wegzoomen und so. Okay. Ja, sieht ein bisschen besser aus. Ja, das ist super einfach zu fahren. Einfach die Bremse auf 13%. Und dann rollt das Ding. Zahl gehen, nach links oben schauen. Und dann sieht man es auf der Karte. Ja, das schauen wir uns doch gleich mal an, wenn wir dann da sind. So eine Actioncamper. Ganz cool. Das ist halt da hinten, oder? Also zwischen die zwei Berge da durch. So, das Feuer ist gleich aus, aber das macht nichts. Lassen wir mal ein bisschen schneller werden hier. So. Ah ja, das Gleis ist auch noch hier. Aber das ist jetzt nichts besonderes. Ich muss eh den Abschnitt da vorne nochmal neu machen. Das ist eigentlich nur so ein Provisorium. Aber er füllt seinen Zweck. So. Da rechts müssen wir jetzt mal entladen. Ich hoffe nicht, ob das jetzt lang gut macht. So. So. Wir sind da. Äh. Da. Zwei ist gerade für einen Moment verwirrt. Ähm. Wie ist die Idee, wie es baut auf? Ha. Danke dir. Ja. Wahnsinnig viel habe ich mir dabei nicht gedacht. Ich habe es so gebaut, wie es gerade ging und halbwegs normal aussieht. So. Ah. Warte mal. Jetzt erstmal Holz. Jetzt. Können wir gerade wieder zweimal machen. So. Komm. Geh zu. So. Und nach vorne. So. Und nach vorne. Jetzt wäre natürlich ein zweiter echt hilfreich, der mich da einweist. Einfach nicht zu schnell. Das sollte schon klappen. Das müssen wir eh auf zweimal machen. So weit nach hinten kann ich gar nicht fahren. Muss ich mal schauen auf Anschlag da hinten. Wo ich dann die ersten Wagen entladen kann. Ähm. Das könnte sich ausgehen. Wie viel Platz haben wir da hinten noch? Einen halben Meter. Ich probiere es mal den zu entladen und mal schauen ob er es wertet. Ja. Sehr gut. Können wir eigentlich dich ja auch gerade machen. Okay. Dann fehlt nur noch der letzte. Gut. Es ist lieb von dir. Ähm. Aber. in dem Stream noch nicht. Gern beim nächsten. Äh. Wie viel Geld habe ich? Nicht sehr viel. Jetzt sind es 526. Okay. Perfekt. dann hier mal wieder nach hinten. Und schauen, dass wir nicht drüber hinaus schießen hier. Perfekt. Einmal umstellen. an. Und äh. Da mache ich mal ganz kleinen Break. Und dann schauen wir uns mal den Weg zur Eisenerzmine an. Wird wohl das nächste Projekt sein, wenn ich mal das so anhöre. Gut. Also. Kleiner Break. Und. Bis gleich. Musik wird ein bisschen lauter. So. Da sind wir auch wieder zurück. Und ähm. Wir schauen uns jetzt mal die Strecke zur Eisenerzmine an. Durch das Tal da. Es wäre angeblich schon vorgebaut. Ähm. Jetzt wirst du mir einmal helfen. Ist es ab hier dann? Darunter? Oder ist es hinter dem Hügel da? Ich werde es mal ein bisschen exploratory machen hier. Hier geht es aber vor der Fälle nach oben. Ich glaube. Ich geh mal auf den Hügel da. An der linken Talseite. Also über den Hügel drüber. Machen wir das mal. Ja. Da sieht man jetzt viel. Mal zu orientieren. Moment mal. Das sieht aus wie ein Bahndarm hier. Ist das das hier schon? Ne oder? Es sieht einfach aus wie ein Bahndarm hier. Ähm. Der hier da aufgeht. Andere Richtung. Also da unten. Plus. Mal zu kurz angucken. Tatsache. Okay. Also. Das ist das Wasser in dem Spiel. Dann haben wir es auch mal gesehen. Okay. Eine andere Flussseite. Ist das hier? Ne oder? Oder bin ich einfach zu tief? Muss ich weiter nach oben? Äh. Gehen wir mal nach da oben. Äh. Oder? Ja. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Gehen wir mal auf der Karte. Ich glaube ich sehe es. Ich glaube ich muss noch weiter nach oben. Weiter oben in Richtung Eis. Ah. Komm das mischt halt auf. Ähm. Hier? Ne. Noch ein Tick. Äh. Da hat es noch ein Plateau. Das sieht jetzt mal eigentlich so falsch aus hier. Da und da in Richtung Eismine. Also. Also. Also hier könnte ich mir schon vorstellen. Lang zu fahren. Das hier. Hier oben. Ab hier. Okay. Okay. Das heißt nach dem Hügel macht die eine Rechtskurve. Und macht dann einen ganz großen Schwenker zur Schmelzhütte rein. Wenn ich das jetzt so richtig sehe. Ab, ab hier dann lang. Okay. Okay. Gut. Dann weiß ich schon mal was ist. Aber meine technisch glaube ich kriege ich mir das nicht hin. 526. Soll ich ab hier anfangen und dann runter? Ich glaube das mache ich schon mal. Ähm. Konstanter Bahndarm. So. Mit der Steigerung würde ich da arbeiten. Einfach nur, dass ich ein bisschen nach oben komme. Ja. Das passt. Jetzt machen wir wieder Variable. Oben. Achso. Ja klar. Weil es ja nach unten geht. 3. 4. Du fightest wie du sehr auf Eisenbahn abgehst. Ja. Das ist halt. Leidenschaft. Mit 4 darunter. 4%. 4%. Auch das ist mal Testweise mit 4%. Machen wir da den Lock hier rein. Ich glaube das sind wirklich 4% hier. Ich gehe doch erstmal die Strecke ab. Dann bei die Brücken an den Stellen. Ah. Nee. Ich weiß mal wie der runterkommt. Ich mache es mal ab den Abschnitt. Ich weiß. Wenn ich da einen Fehler habe. Werd sie mir dann sagen. Ja. Wir haben es dir ja gesagt. Ähm. So. So. Jetzt haben wir so eine Kurvi. Ist mein Band da nicht mehr. Oh. Warum ist das jetzt so ein fetter Radius hier? Äh. 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 Ich hoffe ich war auf den Arsch. Hier glaube ich ganz seich gehen. So. Wie hoch sind wir da? Wir sind hoch. Geht aber ein bisschen nach unten. Achso. Da brauche ich es wieder mit dem Konstanten. Äh. Wo ist jetzt mein Band da hin? Ah. Das Spiel. Oh. Man sieht den jetzt kaum hier. Wo hört der jetzt auf hier? Jetzt. Boah. Das ist echt schwer zu sehen. Ich glaube das ist jetzt auf Bodenlevel. Hier ist es mal zu niedrig. Äh. Wo ist er? Da ist er. Da ist er. Da ist er. ein paar Zentimeter drüber würde ich dann schon sein. Ich würde sagen. So geht's. Weil dann sieht man noch einigermaßen. Variable. Bleibst aber. Gerade. Was? Die Brücken sind gerade. Wenigstens etwas. Wenigstens weniger am Pain dann zum Bauen dann. Ah. Wieso macht das jetzt mit dem Koffenradius nicht? Mit elf. Na Gott. 15. 15. 15. 15. Da wieder gerade. Und gehen jetzt mal wieder nach. Ah so. Wie geht es die ganze Zeit absteigen? Ähm. Mit zwei nach unten. Oder einem. Bleiben dann wieder gradi. So. Wo sind wir jetzt? Bei hinten. Da müssen wir noch recht viel machen. Wenn ich jetzt hier einfach grad ausgehen würde. Wo komme ich dann hin? Mal gucken. Dann mache ich Bekanntschaft mit dem hier. Das sieht auf der Karte gar nicht so wild aus. Warum geht es denn da so krass nach unten? Ich würde mal sagen... Ich wünschte, ich könnte irgendwie höher. Ich muss da... Ich muss da hinten rum. Ich meine, ich könnte wahnsinnig sein und ich mache eine Holzbrücke darüber. Aber eigentlich wäre es dann hier so entlang und dann hinter dem Wasserfall drüber und auf der anderen Seite wieder runter. Oder? Oder? Oder muss ich auf die Ebene da unten? Ich muss irgendwie höher kommen. Ich muss das mal kurz sehen. Wo ist die Schmelzhütte? Ich sehe sie nicht. Shit, wo ist sie denn? Da hinten. Ich muss da runter. Äh... Shit. Shit. Also ich kann das natürlich... Moment mal. Ich kann hier runter. Das heißt... Ähm... Serpentinion Action? Irgendwie? Das ist halt schon... Ah, fuck. Okay. Also wenn ich hier runterfahren würde... Ähm... Dann komme ich auf die Höhe des Plateaus da oben. Okay. Da geht's recht steil runter. Wir können dann damit einen Damm runterfahren. Ich mache mir jetzt mal da eine Markierung. Ups. Das wollte ich jetzt gar nicht. Äh... Wir machen da mal ein X hin. Dass wir da in die Richtung runterfahren könnten. H-Nadelkurve dann runter. Ja, das habe ich jetzt auch gedacht. Dann da so eine... Kurve hier. Runter. Aber hier haben wir sehr viel Platz. Rein zur Orientierung. Mache ich jetzt mal folgendes. Stecken wir das mal ab. Wo wir das hier schneiden würden. Ach, einfach billigerweise kann ich es mir schnell mit einer Schiene machen. Sollte reichen, weil wenn ich dann von da hinten komme, dann müsste ich auf die Schiene treffen. Und dann weiß ich, jetzt muss ich die Kurve machen. Das heißt, ich komme von da hinten, glaube ich. Dann werden wir hier eng an den Bergen langfahren. Damit wir ausholen können. So schon. Da ist mein Bahndarm. Okay. Das heißt, da kommt er runter. Da wird es flach. Wir machen die Kurve noch viel früher. So, woher hört es? Da hört es auf. Ja, ab da machen wir die Kurve. Machen wir wieder hier Variable. Mal kurz Grad. Gehen wir gerade mit 15 wieder rein. Ich glaube, 15 mit der Standardwinkel jetzt erstmal. Gehen wir mit dem Prozent runter. Das geht sich perfekt aus. Gehen wir mal wieder Grad. So, auch Grad. Oh Gott, wir können ein bisschen runter. Ja. Meine Aufnahme ist gerade abgeschmiert. War der Speicher voll. Einen Moment. Da muss ich mich ganz kurz drum kümmern. Das ist jetzt blöd. Ich bin das also geplant. Oh Gott. Ich bin das gar nicht ganz tief und sicher. Ich bin darüber hier bisschen mehr übrig.